Ich weiß. Mal langsam, die Gruppe. Ich gehöne nicht die Gruppe, Papa. Im Schissimuseum haben wir so eine Gruppe da, die haben ziemlich gestört worden. Eben. Diese Gruppe wird jetzt immer vor uns sein. Da können wir einen Stunden später reisen. Ja. Viele Leute. Blöderweise. Ein schönes Gelände, oder? Ja, ein schönes Gelände. Wiener Remsia Museum. Ah, da ist der Plan. Genau. Wir fangen an, Halle 3, Stadt der Begegnung über Berg und Tarn. Wien wird zur Metropole. Stück für Stück. Ich muss ein Fotoapparat rausholen. Wir können uns mit der Gruppe anschließen, aber wenn sie auf Englisch... Nein. Ohne Führung hat sie sich nicht gefällt. Ah ja, stimmt. Wir haben die Gruppe gezahlt ohne Führung, ja. Also kann man auch so lesen. Eben. Überall im Museum gibt es Schilder. Genau. Und eine spezielle Geschichte. Und das scheint der Sommergang zu sein, komplette Bahn. Falsch. Das ist schon in Bewegung. Das ist der Falle von der Sommerwagen. Und schau, wie die stehen. Und das ist der Falle von der Sommerwagen. Und da muss nicht so weitergehen. Das ist der Falle von der Sommerwagen. Das ist der Falle von der Sommerwagen. Aber da muss ich nicht bebekommen. Und da muss ich auch... Das ist wirklich Tal 저녁, Ingni. Der Pferde war ein Sommerwagen. Nur nicht geht. Der Pferde war ein Sommerwagen. 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 Der Pferde war kein sabesgebung. Der Pferde war ein Sommerwagen. Der Pferde war ein Sommerwagen. Der Pferde war ein Sommerwagen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Haben wir halt einen Blick? Vielen Dank. Ohne Händler. 10 Minuten zu kurz gewesen. Wir warten einfach ein bisschen. Das ist der erste Wagen der gefahren ist. Natürlich gab es einen Winterwagen, wahrscheinlich gab es auch einen Winterwagen. Der war geschlossen wegen der Kälte. Aber den haben sie wahrscheinlich nicht mehr. Der ist schon wirklich sehr alt. Mit der Nummer 53. Und was haben wir da vorne? Der Dampftram. Die Dampftram. Der Dampftram. Der Dampftram. Der Dampftram. Das ist noch 10 Minuten. Die sind ziemlich langsam. Ihr könnt mich fotografieren. Ja, mach ein Foto. Machst du die Kamera runter. Okay. Peace. Ich glaub dich. Ich mach das auch noch so, sondern kann ich es verschicken. Kann ich es dir bei Wortschritte schicken. Wie in San Francisco drüben. Wie in San Francisco an den Frauen bist du da drauf. Mit Flachon, mit Flachon, mit Flachon. Genau. 52 hat doch den Herbel gehabt. So ein Zufall. So. 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 So.